. . Hä? Was ist denn jetzt los? Hm? Hm? Wow! Ach so! Start frei für die Expert-Mission 2013! Jede Woche aufs Neue und immer Experten günstig! Das Experten-Angebot der Woche! Ha! Expert macht glücklich! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZ-TV. Das Uelzener Veterinäramt schreitet ein. Knapp eine Woche soll ein Schäferhund in Jelmsdorf in einem Kleinwagen gehalten worden sein. Bewohner aus der Nachbarschaft hatten beobachtet, dass der Hund nur zwei- bis dreimal am Tag rausgelassen wurde, um sich zu erleichtern. Das Tier saß tagelang kontinuierlich im Auto, meint eine Jelmsdorferin gegenüber der AZ. Schließlich ging eine Tierschutzanzeige beim Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Uelzen ein. Was das zur Folge hatte, das lesen Sie morgen in der AZ. Nach dem Uelzen Open-Air ist vor dem Uelzen Open-Air. Und so sind Veranstaltungsmanager Ulrich Gustebel von den Jabelmannhallen und sein Team schon längst damit beschäftigt, das Musikevent auch fürs kommende Jahr auf die Beine zu stellen. Beim Sommer-Nacht-Festival 2014 am 26. Juli werden sich gleich vier Bands die Klinke in die Hand geben. Welche Bands das sind, das lesen Sie morgen. Ein Gebäude an der Hochgräfestraße in Uelzen ist für die Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen, kurz GWK, ein Beispiel für ihre Modernisierungspläne. Die Immobilie wurde bei einem Rundgang des Bauausschusses des Landkreises Uelzen besichtigt. Außer diesem Mehrparteienhaus standen noch weitere Objekte der GWK Uelzen auf dem Programm, die im Laufe des Jahres umfassend saniert worden waren. Mehr steht morgen in der AZ. Passend zum Volkstrauertag zeigt sich das Wochenendwetter in unserer Heideregion von seiner traurig-trüben Seite. Das sagt AZ-Wettermann Zaki. Mit den Temperaturen bleiben wir für die Jahreszeit auf Normalniveau. 6 bis 8 Grad erreicht das Thermometer jeweils am Tag, 3 bis 5 Grad in der Nacht. Das war AZ-TV für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch am Montag wieder. Hä? Was ist denn jetzt los? Hm? Hm? Wow! Ach so! Start frei für die Expert-Mission 2013! Jede Woche aufs Neue und immer Experten günstig! Das Expertenangebot der Woche! Ha! Expert macht glücklich!